Hallo liebe Bayern und 4 Fans, ihr habt mir viele Fragen geschickt und einige davon sind hier in der Tasse und dann lege ich mal los. Die erste Frage kommt von mcmuffin2502. Was war für dich die größte Umstellung vom Spieler zu deiner jetzigen Aufgabe? Die größte Umstellung als Spieler ist wirklich von der körperlichen Belastung in eine eher sitzende Tätigkeit, hört sich so trivial an oder logisch, aber der Körper ist natürlich gewohnt, seit 15 Jahren habe ich Profifußball gespielt, dass man jeden Tag Sport macht, jeden Tag auch unter Anspannung steht, Adrenalin zum Spieltag in enormer Form hat und diese körperlichen Anpassungen, das sind eigentlich die größten Umstellungen, die man am Anfang hat, die wirklich so ein bisschen mit sich ein Jahr dauern, dass man das ein bisschen austariert hat und jetzt bin ich für viel mehr Sachen verantwortlich und als Spieler ist man vor allem natürlich für die eigene Leistung verantwortlich und jetzt an sich für alles andere. Das kommt darauf an, wie es nach Positionen ist, wie es nach der Situation bei uns im Kader ist, welche Spieler wir haben und so dementsprechend versuchen wir natürlich, ja, fünftige Art und Weise unsere Mannschaft zu verstärken. Da würde ich mich nie darauf beschränken, sagen wir nur Talent oder Gestandener Spieler. Kai, wenn wir so oder so nicht eins zu eins ersetzen können und deswegen glaube ich, macht es Sinn zu schauen, okay, wie können wir die Mannschaft insgesamt verstärken. Von Invest Courage. Auf welchen Positionen wird momentan noch nach einer Verstärkung gesucht? Ich glaube, ihr könnt verstehen, dass ich jetzt keine exakte Position nennen werde, wo wir suchen, was ich gerade schon sagte, dass wir grundsätzlich versuchen, die Mannschaft zu verstärken und da natürlich gucken, okay, welche Optionen bietet auch der Transfermarkt noch bis zum 5. Oktober und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch eine sehr gute Mannschaft in der neuen Saison haben werden. Nils Möversen, was ist an dem Draxler Gerücht wirklich dran? Gut, Gerüchte, das habe ich mir angewöhnt, die nicht zu kommentieren, weil es gibt so viele Gerüchte und so viele Spieler, die mit uns in Verbindung gebracht werden. Es zeigt einfach, dass wir auch natürlich bei auch bekannten Spielern, was ja Julian Draxler ist, dass wir mittlerweile uns natürlich den Ruf auch oder das Image haben und auch die Stärke als Klub haben, dass auch solche Spieler mit uns in Verbindung gebracht werden. Aber was da an einzelnen Gerüchten dran ist, das behalte ich für mich. Moritz, vermisst du es, Fußballer zu sein? Und wie gerne würdest du mal wieder selber mit den Jungs auf dem Feld kicken? Ja, Fußballer ist natürlich ein Traum, Traumjob oder auch Leidenschaft. Ab und zu spiele ich auch mal Fußball. Gestern haben wir sozusagen mit unserem Traditions- oder Geschäftsstellen-Team gespielt. Das war auch ganz erfolgreich, von daher hat das auch Spaß gemacht. Ich glaube, wenn ich mit den Jungs auf dem Platz stellen würde, würde mir das mittlerweile nicht so viel Spaß machen, weil ich da nicht mehr mithalten kann. Aber unser Traditions- oder Geschäftsstellen-Mannschaft, da klappt das noch ganz gut. Leverkusen 04. Wie sind die ersten Eindrücke von Patrick Schick? Gut, die Eindrücke, die ich auch schon aus den Gesprächen mit ihm hatte, persönlich vor der Verpflichtung, dass er ein guter Typ ist, clever, ein bisschen zurückhaltender, aber trotzdem mit Sinn für Humor und einfach ein guter Fußballer ist. Wir haben ihn schon lange beobachtet, verfolgen ihn schon länger und er ist ein wunderbarer Techniker, er kennt Räume, hat ein Gespür für das Spiel, Kopfball stark, hat eine ordentliche Größe, also sehr gute Eindrücke. Und ich glaube, dass er auch zu Bayern 04 und zu unserer Spielweise sehr gut passen wird. Marvin, Ziele für die nächste Saison? Ja, die Ziele haben sich nicht geändert. Die Ziel ist, in die Champions League zu kommen, wollen wieder auf die große, ganz große europäische Bühne und natürlich, wenn man das Pokalfinale erlebt hat, und 2009 habe ich es ja auch noch mal im anderen Rahmen erlebt als Spieler, dann und dieses Jahr und ohne Zuschauer, unter den ganzen Corona-Bedingungen, dann ist einfach ein großes Ziel, das Stadion wieder in voll zu erleben und die besondere Pokal-Atmosphäre zu spüren. Berlin, das ist ein großes Ziel, auch in diesem Jahr. Leverkusen 04, schon wieder. Wird es noch Neuverpflichtungen mit Rekordsummen geben? Da wird das immer schwierig zu sagen, welche oder in welchen Bereichen wir uns bewegen. Habe ich schon vorhin gesagt, dass wir versuchen auch vernünftig zu bleiben, dass da keine wahnsinnigen Sachen passieren, sondern wie können wir uns sinnvoll verstärken im vernünftigen finanziellen Rahmen. Und ja, dass wir jetzt alle das ganze Geld, was wir von Kai bekommen, nicht ausgeben, das haben wir auch schon häufiger gesagt. Von Magic SET. Wie sieht es aus mit Florian Thauvin oder Thauvin? Ich weiß nicht ganz genau, wie er ausgesprochen wird. Ja, zu einzelnen Spielern sage ich nichts, weil es so viele Gerüchte immer gibt und das macht keinen Sinn, jeden zu kommentieren. Und ab und zu gibt es vielleicht auch mal Gerüchte, wo was dran ist. Von daher halte ich mich bei allen Spielern da zurück. Seto, schon mal an Schoboschlei gedacht. Ein bisschen mit einem Smiley. Ja, das ist das nächste Gerücht oder nächste Frage. Natürlich sind das Spieler, die auch die Vorjährigen, die unsere Scouting-Abteilung auch kennen. Das sind ja auch bekannte Spieler, keine ganz Unbekannten. Von daher sind das alles Spieler, die uns natürlich auch grundsätzlich erst mal bekannt sind. Von Rolex 90. Warum genau konnte man sich nicht mit Kevin Volland über eine Vertragsverlängerung einigen? Auch das ist relativ einfach. Wir hätten gerne mit Kevin verlängert. Ich glaube, dass er sich grundsätzlich hier auch wohlgefühlt hat. Und trotzdem lagen die finanziellen Vorstellungen so weit auseinander, dass es nicht ging. Wir haben ihm ein gutes Angebot gemacht. Er hatte andere Vorstellungen und dann gibt es auch im Fußball eben eine Situation, wo sich Wege dann trennen und er auch eine andere Entscheidung gewählt hat. Von Ernie Wood. Was spielt bei den aktuellen Kaderplanungen eher eine Rolle? Die Breite, da es eine lange, kraftraumende Saison in drei Wettbewerben gibt. Oder ist Qualität am Ende doch besser als Quantität und dafür ist der Preis dann auch dementsprechend hoch? Ich glaube, dass es immer ein ausgewogener Mix sein muss, auch für eine Mannschaft. Qualität sollten natürlich alle Positionen haben oder versuchen, mit möglichst viel Qualität zu besetzen. Und trotzdem brauchst du auch eine Mannschaft, auch in der Breite, um die vielen Spiele in den nächsten Monaten in hoffentlich drei Wettbewerben, wo wir lange vertreten sind, gut zu bewältigen. Und das haben wir auch vor der Corona-Pause schon gesehen, wo wir wirklich eine enge Taktung hatten mit Europa League und Bundesliga in der letzten Saison. Wir hatten aber den Kader, um auch einige Verletzte aufzufangen. Und deswegen ist es natürlich eine Kaderbreite auch immer wichtig. Und wir versuchen natürlich trotzdem auch immer Qualität oder Perspektive, Potenzial ist auch eine Form von Qualität, natürlich in die Mannschaft zu bringen und zu entwickeln. Und deswegen ist es immer ein ausgewogener Mix wichtig. Alex Silk. How do you decide which players are good enough to transfer to Bayer 04? Ja, es ist natürlich immer ein Prozess, der auch mit der Scouting-Abteilung anfängt, die die ganzen relevanten Märkte für uns checken, die intensiv scouten, das ganze Jahr über unterwegs sind. Und was ich vorhin nochmal sagte beim Patrick Schick, den beobachten wir auch schon länger. Es ist ja nicht, dass wir dann einfach nur ganz kurz vor der Verpflichtung dann schauen, wie ist der Spieler, sondern häufig über sehr, sehr viele Spieler auch in unseren Datenbanken lange Berichte haben, wo wir auch die Entwicklung ein bisschen sehen können. Manchmal sogar aus dem Jugendbereich. Und deswegen ist immer extrem viel Vorarbeit notwendig. Und dann gucken wir, okay, welche Positionen oder welche Spieler, welche Art von Spieler könnte für uns interessant sein. Und dementsprechend wird die Anzahl der Kandidaten dann am Ende immer kleiner. Und dann gibt es dann immer nochmal so natürlich eine finale Liste, wo wir dann schauen, okay, welcher Spieler ist vielleicht auch möglich zu verpflichten oder nicht. Und dementsprechend grenzt sich das immer weiter ein. Und ja, dann geht es auch um Live-Eindrücke, Video-Eindrücke etc. Besprechen mit Rudi Völler, mit dem Trainer, für welchen Weg wir uns am Ende entscheiden. Astronaut Unschut. Sind Kies und du privat befreundet? Ja, den Kies, den kenne ich ja schon so lange, seit 2006, da ist er zu Bayern 04 gekommen. Wir haben immer einen guten Draht gehabt. Es ist natürlich so, wenn du so viel unterwegs bist, wir waren teilweise auf dem Zimmer zusammen, auf Reisen, jetzt ja auch, dass dann jeder auch mal froh ist, wenn er dann bei seiner Familie zu Hause ist. Aber wir haben ja immer einen guten Draht gehabt und sind immer gut miteinander ausgekommen und deswegen auch befreundet. Jupp Rheinland, wie wollt ihr sicherstellen, dass Bayern 04 den Anspruch Top 4 auch mental umsetzt? Ich glaube, dass diese Sache auch immer ein Prozess ist bei den Spielern. Und dafür, auch wenn es bitter war, dass wir Pokalfinale verloren haben oder auch gegen Inter Mailand, waren trotzdem auch in der letzten Saison schon auch diese Spiele gerade oder gegen Porto, Atletico Madrid in der Champions League die Spiele oder in Moskau, wo wir unter Druck stehen, das Spiel unbedingt gewinnen zu müssen. Das hilft den Spielern in ihrem Entwicklungsprozess, solche Erfahrungen, die sie positiv bewältigt haben oder vielleicht auch, wo wir das Pokalfinale am Ende verloren haben. Ich glaube, dass das wichtig ist und wir versuchen werden, die Spiele auch weiter zu fordern und zu fördern, dass sie in der nächsten Situation, wenn es um solche Spiele geht, wenn es um knifflige, enge Spiele geht, dass sie einfach auf ihren Erfahrungsschatz zugreifen können und dass sie ihnen auch Sicherheit gibt für das Spiel. Und da werden wir die Latte weiter hochlegen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Spiele in dem Bereich fordert. Benedikt Zimmermann, was sind die langfristigen Ziele von Bayern 04? Transferpolitik, Trainer etc. Wirkt für mich eher wie ein längerfristiges Projekt? Ja, ich glaube, dass das Erfolg im Fußball natürlich immer auch ein längerfristiges Projekt ist oder eine längerfristige Perspektive braucht, einen längerfristigen Aufbau. Ich glaube, mit dem Peter haben wir schon damals eine Entscheidung getroffen für einen bestimmten Fußball, der zu Bayern 04 passt, einen offensiven, attraktiven Fußball mit Ball in Ballbesitz. Und dementsprechend versuchen wir auch, die Spieler zu verpflichten und den Kader aufzubauen. Und trotzdem wollen wir jetzt auch Erfolg haben. Wir gucken natürlich schon, dass wir jetzt eine gute Mannschaft haben, um jetzt Erfolg zu haben. Und trotzdem braucht diese Linie auch eine Perspektive und müssen Spieler da sein, die nachwachsen können, die ranreifen, die Konkurrenzkampf dann auch im nächsten Jahr schüren. Und Bayern 04 steht auch dafür und ist auch international, merkt man das aus den Gesprächen, dass natürlich viele junge Spieler das interessant finden, weil sie hier die Chance haben, früh Fuß zu fassen, dass wir guten Fußball spielen, technischen Fußball. und sie sich hier wunderbar entwickeln können. Und das ist ein Weg, den wir auch langfristig beibehalten wollen und trotzdem immer auch eine Mannschaft haben, die absolut konkurrenzfähig ist. Von Abigo. Da du früher selber Kapitän warst, kann man Simo Rolfes und Charles Aranguis in der Kapitänsrolle vergleichen? Und da drückt jeder Spielfährer dem Team seinen eigenen Stempel auf. Ja, ich glaube, das ist normal, dass jede Person oder Persönlichkeit auch im Team seinen eigenen Stempel aufdrückt. Bei mir war es mit Sicherheit ein bisschen einfacher, die sprachliche Situation. Und deswegen habe ich natürlich andere Möglichkeiten, auf das Team einzuwirken, als das bei Charlie ist. Und trotzdem hat Charlie auch großen Respekt in der Mannschaft und natürlich auch durch seine Erfolge auch mit der Copa America, mit Chile, großen Stellenwert im Team und einfach auch seine fußballerische Qualität, weil er da unumstritten ist. Und deswegen wird er es auf seine Art und Weise machen und wird das sehr, sehr gut machen. Und mit Sicherheit wird es ein bisschen eine andere Art und Weise sein, wie bei mir. Aber trotzdem top. Toni Lamp. Wer war der härteste Gegenspieler, gegen den du je gespielt hast? Das ist ganz einfach. Das war Marcelinho. Der war in der Weile so hart, weil der war einfach unglaublich schnell und ist auch noch unglaublich lange gelaufen. Normalerweise sind natürlich häufig die Sprinter, sind welche, die gar nicht so viel laufen, sind eben gefährlich durch den Sprint. Marcelinho war unglaublich, der war überall auf dem Platz unterwegs, den konntest du nie packen. Und dann hat er noch eine wunderbare Technik und wahnsinns Antritt. Also das war ein absoluter Top-Spieler und ganz schwierig gegen ihn zu spielen. Luke Friedrich. Holt ihr jetzt mehr junge Spieler oder mehr erfahrene Spieler oder etwas von beiden? Am Ende kommt es auf die Mischung an. Ich glaube, dass erfahrene Spieler notwendig sind, auch für ein Gerüst in der Mannschaft, für eine Stabilität in der Mannschaft. Die Stabilität, die die erfahrenen Spieler auch den jungen Spielern geben. Und trotzdem sind wir auch ein Verein, der natürlich immer auch interessante junge Spieler hat und interessante junge Spieler haben will, die wir entwickeln wollen, die hier vielleicht auch den Startpunkt einer ganz, ganz, ganz großen Weltkarriere machen, wie es bei Dani Cavajal war, Toni Kroos oder Arturo Vidal. Und deswegen wird es immer ein Mix sein. Aber die Erfahrenen sind wichtig, auch für die Jungen. Und ich glaube, die Jungen sind auch wichtig für die Entwicklung einer Mannschaft, für die Dynamik in der Mannschaft. Und auch ein belebendes Element. Von daher, glaube ich, ist einfach eine gute Mischung wichtig. So, jetzt bin ich schon bei der letzten Frage. Mal gucken. Von Karl Juncker. Siehst du, nehmen wir weitere aussichtsreiche Talente, die den Sprung aus der eigenen Jugend schaffen können? Ja, ich glaube schon, dass wir interessante Talente auch in unserer Jugend haben. Man darf nie vergessen, dass natürlich vorher ganz sehr früh, mit gerade mal 17, den Sprung ja zu den Profis geschafft hat. Das ist nicht normal, das ist schon außergewöhnlich. Deswegen darf man das auch nicht gleichsetzen mit anderen Spielern, die wir vielleicht in der Jugend haben. Oder generell in der Jugend. Weil Florian ein außergewöhnliches Talent auch in Deutschland ist. Aber wir haben Talente, auch interessante Talente. Und wo ich glaube auch, dass die Schritt für Schritt sozusagen ranrücken können. Die wir immer mal wieder ins Training integrieren werden bei den Profis. Denen auch die Chance geben, zu merken, okay, wie weit sind sie vielleicht noch entfernt von den Profis? Wie hoch ist das Niveau? Und das ist schon ein wichtiger Baustein für uns für die nächsten Jahre. Dass wir auch gucken, okay, eine hohe Durchlässigkeit aus der Jugend zu den Profis zu gewährleistigen oder zu ermöglichen. Und dass die Jungs dann den Weg gehen können. Weil das ist auch klar, wir können die Rahmenbedingungen schaffen, wir können sie bestmöglich fördern. Aber die Jungs müssen trotzdem auch ihre Chance immer wieder dann beim Shop verpacken. Und das wird die Ausrichtung sein. Deswegen sind wir auch sehr bemüht, im Nachwuchs da Dinge voranzubringen. Dass wir einfach wieder eine absoluten spitzen Nachwuchsabteilung haben. Und dann auch Spieler häufiger von der Jugend bei uns beim Profi-Kader reinkommen.